berzel wurde gefault zur gelb-roten karte mit entscheidend er hat den elfmeter punkt da berührt recht fett unsportlich von tide ja franz hat ihm dafür gratuliert dazu gratuliert ja zu recht das ist ja wirklich ja wenn er die lockerheit er so hat er macht dann auch pfanne gegen tide sehr unsportlich von niklas tide ich müsste jetzt ja eigentlich wissen welche ecke er schießt aber ich weiß nicht pfanne für dortmund fern guckt hin halle guckt hin köln guckt hin duisburg guckt hin berlin guckt hin pfanne guckt hin und pfanne verschießt das ist der glatte wahnsinn pfanne verschießt für fern und gegen halle gegen köln gegen duisburg und berlin der glatte wahnsinn und das war eine abseitsposition deswegen jetzt ballbesitz für den sc fern pfanne der kapitän übernimmt die verantwortung und ich sage nicht er verschießt sondern tide hält den hat er gut gehalten und pfanne geht zu boden alle spiele live nur bei magenta sport